Ich zeige euch, ich mache die Form, versucht dabei immer was zu erklären. Wir fangen an mit der Übung, dass wir gehen, diese Bewegung machen. Achtet bitte darauf, die Finger immer zu streizen. Wir führen alle langsam durch. Wir machen beispielsweise eine langsame, große Bewegung auch hier immer, die Finger zu streizen. Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen, gehen nach oben und nach unten. Wir gehen zur Seite und nach vorne und zurück. Ich mache es einfach vor, ich versuche es nachzumachen und wenn ich es dann mache, wird es beide verschiedene. So, jetzt kommt es weiter zu bewegen, die großartige Bewegung haben wir. Aber dann geht es einfach. Ich zeige euch maling. Aber dann geht es einfach. Körbe, Körbe, Körbe Noch einmal an, und jetzt machen wir die Leiter, wir gehen oben, gehen langsam nach oben, wieder nach oben, wenn wir oben sind, gehen die andere Seite. Untertitelung des ZDF, 2020